so hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge looney toons jetzt besuchen 13 tage verbleibend kostenlos 2 von 14 von dem sam da fehlt mir halt noch ein bisschen was so eine looney kiste machen wir jetzt mal auf einsammeln und hier hinten haben wir ja das sind diese gratis sondern haben wir hier kisten gold zum tunen ep-trankkiste edelstein und gold so alles klar kann ich noch ein ich habe ja noch welche genau sechs von zehn ich kann ja noch zwei stück machen 9 von 10 na gut also dann schauen wir mal rein in den ersten wald kapitel mit deinen wald und aber die tunes an marvins klone aus dem wald zu vertreiben aber doch mal das hier so was ist denn da los wieso kann ich denn nur wieso kann ich den davidak wenn ich mit rein nehmen aber als keine waldtons sind gut dann machen wir es trotzdem jetzt einfach mal ziehen wir das ding jetzt mal hier durch gucken wir mal ein kleines video so ich habe jetzt momentan keine ahnung was der sonst kann angriff hoch machen jetzt einfach mal ich denke das reicht wenn er das macht ja und ich denke auch das wird reichen wenn er dem einfach direkt eins auf die mütze gibt so weiter so kampf zwei wie viele kämpfe müsste ich denn machen jetzt kann ich nur noch die zweite angriff kommen wir mal gleich wieder selbe stil angriff hoch erstmal dann machen wir wieder die box zuerst der damit fox hat sich so gewehrt das reicht noch nicht ganz aber jetzt oder lebt immer noch ja jetzt darf ich einfach mal so ein tresor auf den fallen und dann ist der schon mal weg oh kritisch nein na gut so krieg ich nur zwei ne ja ja weil einer gestorben ist okay ist egal was war da eben gerade rauferei was haben wir hier bei den banken und bei den thons haben wir auch noch zwei Sachen da muss ich auch noch mal gucken waldbank verfügbar oh jetzt öffnen langsam los nö machen wir jetzt nicht tun tun müssen wir mal kurz schauen da ist was tunen können wir den und den stufenaufstieg können wir auch machen tunen ok und den kann man wohl auch nochmal tunen ok stufenaufstieg geht nicht alles klar dann haben wir hier irgendwas bei der welt das war auch nochmal schnell was sagen die denn alle hier los brauchen wir nichts zu beschleunigen los brauchen wir nichts zu beschleunigen los oder noch ein vierter ach da genau ne will ich gar nicht jetzt ok alles klar laden bis zu drei tuns machen wir jetzt mal gerade hier gucken wir was dabei rauskommt na dann damit habe ich die auf jeden fall einsammeln so und die kann ich jetzt tatsächlich aktivieren die fahrtfinder führerin fahrtfinder führerin granny geht nicht ok erste hilfe ok ok alles klar dann gehen wir mal weiter machen wir jetzt mal hier weiter bei das da abschnitt drei auf geht's handgriff abbrechen abbrechen die können die können ich hier noch mit rein nehmen dann machen wir das doch mal sooo sehr nice jetzt habe ich sogar vier angreifer schon wir machen jetzt gleich jetzt alle das angriff hoch so war nicht nett von dir ich werde den diesmal erstmal hier außer gefecht setzen so dann soll der angreifer werden also angegriffene werden genau so und die kann von mir aus jetzt hier mal irgendwo drauf kloppen zack so jetzt kommt er mit dem stinkenden fisch jetzt gehen wir nochmal leben mit hinzu jetzt komme ich mit meiner bombe das sollte jetzt reichen und erstmal wachsbunny da oben platzen machen so und der jetzt nochmal eins auf die mütze und jetzt nochmal hier mit der angel und dann haben wir auf jeden fall das ding mit drei sternen gewonnen das will ich auch so haben so kampf vier ich mache jetzt erstmal wieder hier angriff hoch jetzt werde ich als allererstes den da mal außer gefecht setzen oh der ist jetzt schon fast tot oh dann sollen die alle zu ihm sollen ihn angreifen oh der hat es überlebt sollte eigentlich jetzt reichen um den weg zu bekommen und jetzt können wir hier mal so einen angruck starten was ist das da unten was ist das ja und jetzt die wird jetzt keinen mehr heilen er kriegt jetzt noch den tesor auf die birne und damit ist dieses match auch gewonnen mit drei sternen wie viele kämpfe gibt es zehn kämpfe ok also weiter angriff hoch außer gefecht nein 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 das sollte ich besser bei dem hier noch an den außer gefecht setzen alle auf mich ja jetzt würde ich mal sagen heilen wäre vielleicht nicht das schlechteste so 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 jetzt gucken wir mal ob das denn da mit reicht um den bugs bunny weg zu bekommen nein reicht noch nicht geht im moment nicht also muss der erstmal weg aber ab sofort kann ich jetzt bugs bunny platt machen ja komm bugs bunny ist glaube ich nicht so stark wie der jetzt hier den machen wir jetzt mal weg und dann kriegt er noch den tresor auf die birne und damit ist dieses ding trotzdem vorbei 3 sterne 3 sterne hm mhm jm 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 Ahem. Erstmal alle verhöhnen. Das ist natürlich nicht ganz so schön. Na komm geht noch. Der erste ist schon mal weg. Müssen wir mal schauen, dass wir hier im Allgemeinen ein bisschen Schaden verursachen. Eieiei. Auf den drauf. Und nochmal auf den drauf, dass der schon weg ist. So, jetzt kann sie nichts mehr machen, also nicht mehr viel. Mit ihrem Heilen da. Das ist ja ihre stärkste Eigenschaft. Na, lebt immer noch. Jetzt nicht mehr. So, Kampf 7. Wack Spani erstmal außer Gefechtssitz. Autsch. Autsch. Na gut, das ist nur ziemlich ganz so schlimm. Ich muss den jetzt mal da loswerden und es muss da jetzt reichen. Endlich ist der weg. Das war jetzt echt mega wichtig. Brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Das müsste reichen hier. Komm, die machen wir jetzt einfach fertig. Einmal, zweimal und es sollte jetzt reichen. Dreimal. Gut, weg ist sie. Eins, zwei, drei. Sehr schön. So, ich werde jetzt erstmal folgendes machen. Ich werde jetzt erstmal meine... Oh. Laden. Kann ich gerade nochmal machen, oder? Geil, guck mal, ich kann einen aktivieren. Ja, nice. Machen wir doch gerade mal. Pfadfinder Silvester. Nice. So, jetzt kann ich das natürlich nicht so richtig... Spezialangriff. Kann ich nicht so richtig beurteilen. Ich könnte erstmal hier raus. Und man muss jetzt mal zusehen, dass die mal hier ein bisschen hochgepusht wird. Ne? Geht nicht. Ah doch! Hier geht es ja. Eins. Zwei. 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 Stärke, Angriff, 35, Verteidigung, 50. Angriff, 35, 50. Wollen wir hier auch einfach mal gucken was da passiert. Angriff, 41, Leben, 90. Ja, Tionen. Denen hat ja auch noch Tionen. Stufenaufstieg. So gehen wir nochmal zurück in den Wald. Einsammeln. Warum Rauberei? Was ist jetzt hier mit meinem... Kampagne, da ist es doch. Waldkapitel. So. Fehlen mir nur noch 3. Nein. Nein, ich will nicht Autosieg machen. Angriff. Schmuck. So. 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 Na ja. So. 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 So, dann wird das Paxplanier schon mal weg. Der Nächste ist fort. Der Dritte ist fort. Und Elmar ist auch fort. Sehr gut. Das wollte ich doch mal heute. Jetzt bin ich hier gar nicht mehr durch. Wie komme ich jetzt wieder dahin? Ah, da war es wieder Kampagne. Waldkapitel. Angriffen. Das mache ich nicht bei ihm. Das mache ich bei ihm. Den erst mal außer Gefecht setzen. Erstmal verhöhnen. Oh, das war's. 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 ... ... ... Oh, habe ich noch mal geklappt. Nein, jetzt nicht mehr. Jetzt ist es vorbei. Okay. Okay. So, muss ich mal das, was ich? Okay. 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 So und da bin ich auch schon wieder zurück, gehen wir auf weiter und dann machen wir hier noch schnell das letzte Ding, komm auf geht's, letzten Kampf, noch den zehnten Kampf und dann habe ich diese Waldmission komplett abgeschlossen. Schauen wir mal, erstmal wieder Angriff hoch, äh, ist echt eine gute Frage, wer ist hier von denen der gefährlichste, komm komm wir machen jetzt erstmal, ich bin mir jetzt mal unter haben müssen, wir machen es jetzt erstmal so und dann gucken wir mal, ich verhöhne, er zieht schon böse runter, ne, alter, ja, jetzt muss ich erstmal heilen, war ganz gewaltig, was war das jetzt nochmal den Tresor drauf fallen, dann müsste der auch weg sein, so damit sind es jetzt nur noch drei, oh mein Gott, nein, 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 nein da unten, die macht jetzt eh nicht mehr viel. Geht jetzt nochmal den Tresor, auf die Birne und dann ist das fertig, das Ding. Na, leider keine. So, egal. So, wir sind durch. Wir haben es geschafft. So. Geil. Also, Waldkapitel 1. Akte ist rum. Freigeschaltetes Dorf. Was? Merlin Sam. Lass dir das magische, epische Merlin Sam. Das magische, epische Merlin Starterpaket enthält nur für kurze Zeit zehnmal mehr wert. So. Tuns. Ist das was Neues? Nee. Nein. Das kann man mal einsammeln. Über drei Millionen Installationen inzwischen schon. Bei dem Spiel. Cool. So, jetzt muss ich noch zu dem hier. Muss mal da schauen. Hier müssen noch zwei Raupfereien abgeschlossen werden. Alles Stufe 1. Komm, wir haben mal Stufe 2 hier. Angriff. Wenn ich mich jetzt auch im Ranking noch aufsteige. Auch wieder. Level Up. Äh, das mache ich bei die Mir hier. Und Sam. So, jetzt werden die alle verhöhnt. Besonders starker ist jetzt eh nicht dazwischen. Sam sollte jetzt wahrscheinlich schon tot sein. Ja, heilen kannst du nicht mehr. So, dann kriegt der jetzt noch eins auf die Mütze. Der hält natürlich ein bisschen mehr aus. Kriegt jetzt aber auch die Bombe noch ab. Das Paket. Das ist das Geschenk quasi. 33. Und jetzt nochmal hier. Ja. Und noch den Tresor. Und dann ist das Ding rum. Gestohlen. Öffnen wir gleich. Gucken wir mal rein. Sehr gut. Nochmal aufgestiegen in die Junior Liga 3. Drei jetzt hier. Sammeln wir mal ein. So. Okay. Soll ich in den Laden gehen? Soll mal gucken. Ach, hier haben wir wieder 5 Stück. Oh, wie geil. Oh, wie geil. Oh, wie geil. Oh, wie nice. Oh, wie nice. Oh, wie geil. Wie cool ist das denn? Oh, 8 von 10 schon. Ja, nice. Ambus. Großer EP-Trunk. Nice, nice, nice. Ah, hier kann ich noch Tons holen. Ne, ich kann drehen, oder? Ne. Nein. Premium. Drehen 1. Täglich. Habe ich davon was? Scheinbar schon, ne? Machen wir mal hier. Geht nicht mehr. Ah, okay. 4 Premium. Da kann ich nochmal drehen. Habe ich 2 Stück schon mal von. Hey, ich habe einen neuen Ton bekommen. Und den auch. Ja, wie geil ist denn das? Ja, geil. Geil, 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 geil. Der Fotograf Silvester. Cool. Aber ich kann noch einen. Nehme ich den hier. Polizeihund Hector. Wie geil. Den will ich haben. Ja, ich bin. Wein. Ja, ich bin. nice 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 so coole sache ehrlich cool 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 I'll push it too geht nicht mehr okay ja geil 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 so jetzt schauen wir doch mal jetzt machen wir noch ein nein diner coyote auch noch kommt der denn her wie geil ist das denn nein das ist scheinbar oh mein gott ich glaube der ist ziemlich gut oder kann das sein stärke 497 ok also jetzt gehen wir noch mal hier rein gewinne eine rauferei noch mal jetzt auch noch schnell mehr alles so tagesziele das muss jetzt noch machen konkurrenz schlagen ja sonst wäre es ja zu langweilig oder nehmen wir den hier das nehme ich jetzt rein beide ist eigentlich ganz cool die ist ganz gut zum heilen den finde ich jetzt nicht ganz so wir können dann nämlich mal den polizeihund oder aber tatsächlich hier unseren duffy greifen wir mal mit dieser truppe hier an und schauen wir mal normalerweise dürfte das jetzt echt kein problem sein ihn zu besiegen mit dieser truppe hier gehe ich mal einfach von aus so ich habe jetzt keine ahnung was das hier alles so sagen beim ziel gegner und betäubt ihn so moment ist noch mal das war nicht bei ihm das mal bei ihm dann machen wir noch hier das paket direkt hinterher natürlich meinen meinen angriff der sprung ist weggenommen ja du kannst du nicht mehr viel heilen was macht er denn gehöhn machen wir noch mal das hier das war jetzt natürlich nicht ganz so gut weil eigentlich ich glaube das war ein ein richtiger fehler naja egal ich mach konnte chance hoch bei den anderen beiden und dann er soll den angriff annehmen das ist eigentlich quatsch falsch gemacht aber egal jetzt kommt jetzt geht es noch den tresor ab dann haben wir das ding gewonnen gestohlen ja finde ich gut machen wir auf einsam einsam in die junior liga zwei aufgestiegen einsam 1 2 4 die 5 Jäger, 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 Jäger einsammeln. ja wenn euch das heutige video gefallen hat dann mal hier gucken ich habe jetzt diese das hier kann ich jetzt einsammeln und damit kann ich auch das darum einsammeln wenn euch das heutige video gefallen hat dann lasst doch mal einen daumen nach oben da schreibt was in die kommentare abonniert den kanal und scheiß ich mal wieder ein wenn es wieder heißt ja nun mit mir der mann gleich hat rein was du bist dann und schön